Hey, ich zeige euch wie man Chions Team auf Kingdom Hearts auf dem Piano bzw. Keyboard spielt. Die rechte Hand fängt an mit Dazu spielt die linke Hand Danach spielt die rechte Hand eine Reihe höher Dazu spielt die linke Hand So, jetzt spiele ich es mal zusammen So, dafür musste ich leider das Handy mal ein bisschen anders da hinstellen Ich spiele es jetzt mal zusammen So, jetzt spiele ich es mal zusammen Danke fürs Zuschauen